Quasselkiste und Plakat unserer Klassenregeln. In der Quasselkiste gibt es insgesamt 60 Karten in den sieben Kategorien Zeit für Streit, Herzenswünsche, Klasse, Klasse, Ich bin wie ich bin, Jungen fragen Mädchen, Mädchen fragen Jung, alles proper und Wir sprechen darüber. Über Fragestellungen oder Aussagen, die vervollständigt werden sollen, werden die Kinder ermutigt, über Dinge zu reden, über die sie sonst vielleicht nicht in der Klasse sprechen würden. Sie als Lehrkraft moderieren, motivieren und fassen die Ergebnisse zusammen. Zum Beispiel mithilfe des Plakates unsere Klassenregeln. Die Regeln der Quasselkiste sind einfach. Erstens, zuhören, wenn der oder die andere spricht. Zweitens, ausreden lassen. Drittens, die Aussagen und Meinungen werden nicht bewertet. Viertens, wer nichts sagen möchte, muss auch nicht. Zielgerichtete Themendiskussion, Gruppenarbeit oder gemeinsame Entscheidungsfindung. Die Karten können vielfältig eingesetzt werden. Zum Kennenlernen mit Ich bin wie ich bin, zum Schuljahresbeginn oder Zeit für Streit bei Spannungen innerhalb der Klasse. Konkrete Spielanleitungen und Varianten zur Quasselkiste finden Sie im Ordner im Kapitel Psychische Gesundheit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017